ja hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren let's play minecraft das ist jetzt bereits die neunte Folge von minecraft wir haben auch bereits schon ein paar Folgen in Far Cry zusammengebracht insgesamt habe ich jetzt 51 Videos hochgeladen finde ich recht nice das ist mir heute mal aufgefallen und jetzt werden wir einfach mal so weiter bauen an unseren E-Feldern und da fahren wir zum ersten Mal Eisensucher weil wir zum einen Eimer oder Eisenwerkzeug brauchen da wir einfach mal hochwertiges Werkzeug haben leider ist das nicht so leicht ja hier aufzumachen das war jetzt so nice ich fang gerade auch das irgendwie GIGAS Eisen aufzumachen und dann kommt sowas da haben wir gleich mal alles weg da können wir alles brauchen da mach ich da wieder zu da brauchen wir ja ein bisschen System und dann klappen wir da einfach mal so weiter ähhhhh Kohle hätte ich sogar noch dabei weil ich habe jetzt naja HID mach ich eben ein bisschen mehr ähm bloß dann wir da ein bisschen ausleuchten wegen Zombies etc ähm vier die wo uns killen könnten einfach ein bisschen vorbeugen da wir nicht so viele Probleme dann haben weil sonst ärgert irgendwie wieder über Creeper etc äh ja oder einfach wenn die killed werden das ist einfach nervig ähm ja auf alle Fälle ist das jetzt gerade sehr nice dass wir schon acht Eisen Blöcke gefunden haben äh die werden wir gleich mal sinnvoll verwenden würde ich sagen aber erst einmal haben wir gedacht hauen wir da noch ein paar Steine weg äh da müssen damit wir uns einfach mal ein bisschen Baumaterial verschaffen um ja einfach nachher ein bisschen umgestalterbar anzunehmen ohne dass man da immer aufgehalten wird weil man dabei kein Baumaterial mehr hat obwohl ich jetzt äh das nicht so gern tue dass ich immer bloß Material abbaue äh denke ich mir einfach so äh ja dabei ist jetzt auch bevor ich es nachher abbauen muss genau da ist ja der gestern unser Spitzhacke kaputt geworden ja und man hört schon wieder irgendwie als ein Zombie wir gehen nur ganz in der Nähe wir gehen nur ganz in der Nähe wir gehen nur ganz in der Nähe das sieht jetzt gerade keinen das ist gut aber ich schätze jetzt dass da Höhle kämer wird irgendwo und da sind halt dann auch drin ja aber glaube ich ein Slime-Card das ist schlecht obwohl ich eigentlich ja gut gut schlecht sagen wir es so können wir mal drauf oben was nimmt zwei mal ganz kurz nach Hause laufen weil dann wir fahren das Eisenschnell in Over und dann springen wir ins Bett und pennen wir mal schnell erhören wieder so ein verpackter Zombie von mir wieder so ein verpackter Zombie von mir ich glaube ich muss es mal zu meinen als Tic-Cardback kommen ähh die haben ein das Gesicht am Hintern also Arschgesicht so jetzt will ich das bloß mal Schnell in Over die Kohle auch gleich dann ist es einfach gut verstarrt dann kann es uns keiner wegnehmen dann ab ins Bedi und ein weiterer Tag ist angebrochen huh Minecraft World ja so wie ich sieg ist äh so wie es ich gerade sehe ist die Welt ziemlich äh schön um irgendwie weiter irgendwie eine Sachen zu bauen oder einfach die Welt auszubauen das ist natürlich gut weil dann haben wir einfach voll Stoff den man da einbringen kann das ist jetzt nicht den Stoff wo es ihr morgens aber äh ich überlege jetzt doch gerade ob ich da ob ich weiter ob ob oder ob jetzt gleich bauen auch von wieder nein 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 warum immer ich ah fuck warum immer das gleiche mit damals und mit und bis hin bitt das ist ein Blick geht um Prozent bis zu zum Punkt gehen zum Beispiel durchsuchen durchsteigen den Kümmer die das ist Kulatschel Da unten haben wir natürlich Dreck hier, hier, besser schaut das ein bisschen verhaut aus, das geht nicht, das mögen wir auch nicht, genau, da noch ein bisschen, ja, jetzt habe ich da einfach ein bisschen so glücklich, dass das nicht ganz hässlich ausschaut, wo wir machen. Oh, Erde, ich gehe hier voll auf Erde, das Quartal. ist bloß weil wir jetzt in den nächsten Folgen viel an der Landschaft auch rumbauen werden und dann haben wir einfach genügend Erde einmal sie auszufüllen und dann müssen wir sie nicht einfach Erde holen das wird zum Thema Baumaterial genau das ist das gleiche einfach ein bisschen Vorarbeit leisten und dann kann man sich das einfach nachher sparen genau, jetzt bauen wir das so herum jetzt haben wir da schon so einen schönen hässlichen Weg den wo man natürlich noch irgendwie verschönern werden sobald es gehen wird da werden wir jetzt irgendwo so eine Brücke mal überbauen da halt zum Beispiel ist der Werk und dann kommt da stein 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 ja das ist jetzt egal oder nicht jetzt werde ich da einfach mal so das wird jetzt dann so richtig hässlich ausschauen ich habe gerade das Gefühl ja das habe ich und ich glaube es wird sogar so sein ich habe mir gedacht haben wir uns da einfach so ein bisschen wieder grausen bauen nein nicht das groß äh irgendwie bin ich halt voll auf Drogen oder so und in dem Video streng ich mich sogar mal besser an Prozent Prozent weil in den Ort ist ziemlich früh nein ich bin nicht auf Drogen Prozent jetzt gehen wir schon wieder zu dem Thema Prozent ich habe mir einfach mein Mann nicht wegen Videos geschaut und habe einfach bemerkt dass du ziemlich wenig Prozent geredet wird von meiner Seite und das ist dann ein bisschen langweilig und die Mega hören einfach auch ein bisschen animieren ja oder nicht animieren sondern einfach ein bisschen ja nicht so lange wehlen deshalb redet jetzt ein bisschen mehr und die nimmt keine Druck Prozent 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 Zeitungen Beidomesser Brühe hier Prozent bei mir mit Köln der Kräfte richtig Kuchen Stuttgart Zeit Prozent Prozent also wird dieser Zeit nicht Prozent die Haare zusammen mit dem Blocker so wie Prozent ob es jetzt ein bisschen länger dauert aber das wird einfach an dem ein bisschen verbessern Prozent 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 da muss man wieder hier geben auf die Stück der Bauern hat es einfach mal das gleiche hier ich weiß immer noch nicht wie es braucht aber das Profi wird nicht so wo schlecht dann um n du da genau Prozent um Prozent 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 um ja dann heizt unruhig das ist ein bisschen weg und bei mir wird immer noch nicht geklappt das ist ich mir viel gehört war ja Prozent diese Musik und heute ist die müsste die dringend genau umbauen wir haben ja demnächst zu fahren die not der aufhanden oder trug auch hat um im lacht und so das einfach die ist richtig geiler ausschaut so jetzt immer wieder erde das ist gut damit wir da hinten das verschönern können mann genau ah scheiße ich hab mir eine schaufel ab habe ich gerade bemerkt es ist ein bisschen spät leider da und kümmert wird direkt annehmen oder nein jetzt nicht kann man da direkt antworten an den weg jetzt kann ich wetten dass er gleich wieder aufreift oder schreibt jetzt herz ist gleich skype wie viel ach keine ahnung wie es ist skype woher Prozent muss sein drüber aber ich weiß irgendwie überhaupt nicht auf Prozent 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 kann man eigentlich müssen aber doch da mannst also eine kleine Promenade hier oder so Prozent jetzt klatschen wir hier wieder wo du 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 genau und du 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 hast du nervig ja jetzt gehen wir doch mal ein bisschen weiter zurück noch weil da müssen wir genau so was wir machen äh genau da der Fluss wird wahrscheinlich im Laufe unseres Let's Plays wahrscheinlich irgendwann komplett zur Bauzeit weil so wie sie die jetzt schon verschmälert äh jetzt holen wir da einfach mal Erde drin weil die unbedingt brauche vielleicht findet man Höhle oder irgendwie Eisen wäre auch nicht schlecht genau so so es gibt uns 20 schnell 29 30 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 40 30 40 30 30 30 30 40 30 30 42 innen aber er ist es waren waren nix gut immer noch nix gut so und normalerweise der vierte weiter verletzt werden weil wir ja auf dem Modus leicht spielen das wohl ja aber auch im laufe des letzten Plays noch ab innen wird oh schnell weg jetzt wird es dunkel ja die Bricke schaut jetzt nur so richtig aus Klaus in der Regelern und noch mal auf die Erde genau wird so schnell dies heißen zurück und ein Mama und dann werden wir mal schnell ins Bild geht ausschlafen und dann können wir weiter bauen oder holen wird es dabei die Holzer nicht das ist auch schon mit der Kürze Nix weiterbauen Prozent die Niedermeyer noch oder irgendwie was kraften Prozent 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 schnell raus über Taustüren ja da haben sie die komischen Bauern von der Haustür Prozent 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 sich und dann habe ich jetzt eh bloß Ritz für unsere Nied Zäune, die wir an die Brücke brauchen obwohl ich überlege eigentlich auch schon wie da so Steinzäune hinmache Kapelstum Bowls weil die ja eigentlich auch nicht schlecht werden aber ich glaube um dass dies zu steinig wird dann wenn man dann so viel Steine auf am Haufen Stein 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 die Blödsinn übersteigt Prozent das fing an mal zu mir doch probieren wir so mal mit Zäune aus Thomas Hütz die ewigen Nummer 8 Nahrt ist die hier 12 da ein paar Knopf mal benötig mal benötig nein ja jetzt habe ich gleich mal ein paar Knöpfe gebaut die können wir natürlich sofort brauchen weil das wollte ich auch machen äh scheiße naja die lagern wir jetzt mal ein so wie das Kloß das lagern wir auch ein Knochenmehl können wir jetzt auch gerade nicht brauchen, die können wir auch noch das sind zu den Pflanzen das hauen wir dort rein äh Zäune können wir jetzt dann wahrscheinlich gleich gehen wir brauchen aber jetzt zähl mal ich schnell im Wasser und dann kommen uns zu werden müssen Welt her die werde jetzt die ist Mord und ist die neue Partie auszulösen die sind nicht aber auch sein in den Baumharten die jungen und hoffa geht er die Trussigkeit das ist so hoch und holl ist es es geht dann mal jetzt die ich schon gewiss gelungen werden dann war es eigentlich mit der Folge schon wieder zwei Minutes wasserreifeln und in der nächsten Folge werden wir dann die Brücke fertigstellen Prozent vielleicht nur so war Bäume Pflanzen holt zusammen und schön gemütlich etwas anderes zu bauen das wollte ich schon geplant eigentlich nicht aber ich hoffe da mal was Nices einfällt haben wir da bloß noch Sitzling äh Samen hier genau dann holen wir von unten bloß noch schneide ich das G3D das Reif nicht da werden wir aber jetzt auf dem Feld heran nichts mehr anbauen weil Prozent noch mehr als Schöner ist genommen als nächstes immer mehr schönes Wettbewerb um das klingt und so hier aber wie für die Plan zum Beispiel die 3D Einheiten Prozent Prozent ja scheiße die muss jetzt das um ein Wettbewerb da werden natürlich er noch Stuben her gemacht ist jetzt bloß Übergangsweise da aus Turi und jetzt gilt es grüßen Prozent Prozent sie haben eine Anruhe an das zu machen von ihm ist wochen das Kindernid zu ihr also Trocken bis zufrieden auch wenn man ein bisschen ich werde es jetzt hier so machen ja, hier haben wir uns eigentlich super Knöpfe dabei dann kann man das auch ruflatschen und hier hinten machen wir das gleiche dann kann man dann wieder runterlatschen ich bin jetzt gerade ein bisschen zu faul, mein Item zu wechseln genau, und dann habe ich das dann weg und schon schaut, das ist noch einigermaßen Schatz, also Brücke, Hörner nur eigentlich schon eigentlich kommunisch fast gelassen da irgendwie gefällt mir das da und da geht es mir, da geht es mir irgendwie was hier ja, aber das werden wir dann in der nächsten Folge sehen danke fürs Zuschauen über Likes, Kommentare, Abos über das Video teilen würde mich sehr freuen ja, dann werden wir uns in der nächsten Folge wiedersehen ihr könnt sehr gerne ihr könnt sie sehr gerne, Fredy fremdinnen weitergeben ich würde mich sehr fremd ok, dann sehen wir uns höchstwahrscheinlich in der nächsten Folge äh, tomorrow und ja bis dahin bye bye bye